Liebe Gemeinde, lasst uns heute Morgen einen kurzen Blick auf einen Satz werfen aus den Schriftlesungen des heutigen Tages. Es geht Ihnen bestimmt wie mir. Dieser Satz sticht hervor, denn er klingt wie eine Beschimpfung aus dem Munde Jesu. Es ist nicht recht, das Brot den Hunden vorzuwerfen. Es klingt wie eine Beschimpfung dieser Frau, die Jesus um einen Gefallen bittet, die Jesus um seinen Segen bittet. Tiernamen sind seit jeher beliebte Schimpfworte. Wir alle kennen das Hund, Affe, Ziege, Kamel. Da hat man viele Möglichkeiten. Zur Zeit Jesu nannten die frommen Juden, die Nichtjuden, die Heiden, Hunde. Und das war natürlich nicht nett gemeint. Und da drückt sich aus die Kluft zwischen Israel und den anderen Völkern. Die Israeliten haben die anderen Völker oft als brutale Besatzer erlebt. Und so kommt dieses Wort der Hunde. Und offensichtlich nimmt Jesus sich dieses Wort zu eigen. Aber, und das ist jetzt wichtig, er verwandelt es in etwas anderes. Darum denke ich manchmal, müsste man genauer übersetzen. Das griechische Wort für Hund ist Kynos. Hier aber steht Kynarion und das heißt übersetzt eigentlich das Hündchen, der Schoßhund, der Haushund. Also, Jesus nimmt sich diese Redensart zu eigen, aber er verwandelt sie und will sagen, alle gehören zu mir. So wie auch der Haushund zur Familie gehört, so wie der Haushund zur Gesellschaft der Menschen gehört. Sie alle wissen das, wie viele im Hund ein Familienmitglied sehen. Also er verwandelt diesen Satz oder diesen Ausdruck in etwas anderes und will sagen, alle gehören zu mir, auch diese kanaanäische Frau. Und das lässt den Glauben dieser Frau natürlich in umso strahlenderem Licht erscheinen, dass sie sich von solchen Dingen nicht beirren lässt, sondern Jesus auf den Fersen bleibt und ihn bittet. Schon am Anfang des Evangeliums nach Matthäus war ja deutlich, dass auch die nicht jüdischen Völker zu ihm gehören. Gerade wir in Köln wissen das gut, denn die heiligen drei Könige, die Magier aus dem Osten waren die ersten, die zum Kind gefunden haben. Nicht Juden, die aber den Messias gesucht und gefunden haben. Und so glaube ich, ist das auch hier zu verstehen, also Jesus wandelt diese Beschimpfung, dieses wenig freundliche Wort in etwas anderes. Und liebe Gemeinde, dass Menschen aller Völker zu Jesus gehören und wir alle zusammengehören, ist aktuell, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Alle reden von der Globalisierung. Wir als Kirche hatten das schon immer. Ob du hier zur heiligen Messe gehst oder in Neuseeland oder in Mexiko, man ist überall direkt zu Haus, weil man in der eigenen Familie ist, weil wir alle zusammengehören. Das ist der große Wert unserer katholischen Kirche, katholisch, allgemein, weltumspannend. Egal, wo du bist, du gehörst immer dazu. Das Gegenteil oder eine Zerrform des Ganzen kann man im Moment auch sehen. Die orthodoxen Kirchen, die ich sehr, sehr hoch schätze wegen ihrer Tradition und ihrer Liturgie, stehen manchmal in der Gefahr, sich auf einen Staat zu konzentrieren. Die gehören dann dazu und die anderen nicht. Ein gutes Beispiel ist in diesen Tagen der Patriarch von Moskau, der im Grunde ähnlich redet wie Wladimir Putin auch, obwohl er doch als Mann der Kirche für den Frieden sprechen müsste. Also wenn das so auseinander fällt in nationale Kirchen, ist die Gefahr groß, dass man vergisst, dass wir vor Gott alle zusammengehören. Und das ist ein hoher und großer Wert, auf den wir stolz sein können bei allem, was schwierig ist in unserer Kirche. Das finde ich etwas sehr Wichtiges. Egal, wo wir sind und wer weiß, wie viele Menschen parallel zu uns jetzt die Heilige Messe feiern. Wir gehören alle zusammen und keiner steht abseits, sondern alle sind bei ihm willkommen. Amen.